Scheiße hab ich immer lehnt So Hallo Kannst du mich hören? Moin Leute, willkommen zu meinem erneuten Kanal Willkommen zu seinem erneuten Kanal Diesmal ist es der sechste Kanal Und dann gehts hauptsächlich um Scheiße Moin Leute, willkommen zu meinem erneuten Video auf meinem Kanal Heute wieder mal mit KinksTV Nach einer Zeit Was haben wir vor? Was haben wir vor? Am Nachmittag ist es sowas Domitmus in den sauren Apfelscheißen Marjane Elane ist diesmal als Unterstudischung dabei Und hat bereits mit der Gruppenladerin des Wasserspastikvereins telefoniert Guck mal, wenn wir immer im Moment Das könnte doch vielleicht die Gruppe sein Wie fett kann ein Mensch sein? Wie fett kann ein Mensch sein? Wie fett kann ein Mensch sein? Das war ja nur Garnacken da Und die Marjane Elane, ich glaub wir hatten telefoniert Und ich werd mir jetzt Leonid schnappen Und werd mit dem Scheiß Guck mir dem Scheiß Was ist das für ein Rücken, Alter? Das ist ja ein Ohr-Rücken des Todes, Alter. Will mich da zum Ort zwingen wollen? Hallo, Ola! Wir wärmen uns erst mal auf. Auf geht es ins kühle Sass. Das Programm steigert. Kleine Leonie im Babybecken. Schon wieder, dass der Gerät nur für kleine Kanerchen gemacht ist, das spürst du. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich krieg dich da raus, Domme. Ich krieg dich da rauuuun. Ich hab gedacht, das gibt's doch nicht. Bei Rolla, 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 Rolla. Von meinem Geistchen, Geistchen, hab ich schon gesehen. Nee, die ficken das. Alle da, mit dem Kran, naan. Marianne versucht verzweifelt zu scheißen und ihre Nichte nicht aus der schisslichen Lage zu befreien. Marianne sucht im Schwimmbad nach einem Schwanz. So aus. Was wollen die bitte versuchen, Digga, die... Wieso sitzt dann eine Fette auf einer Kinderrutsche? Sag mal, bist du komplett behindert? Und dann kommen noch drei davon, die es ordentlich sind. Und wollen den ja auch schon noch verschwinden. Und die braucht auch. Oh mein Gott, ey. ... hat Verstärkung gefunden. Die Wasserstraße. Dominik ist nach alter Arbeit endlich wieder Dominik. Die ist da rausgeschüssen aus der Rutsche. Aufgrund des angebotigen Angebotsanfußfahrt fühlt sie sich wie im Affenland. Marianne ist Marianne. Äh, du spinnst doch wohl. Du spinnst wohl. Du bestellst dir einen Salat. Ich bestell mir einen Salat. Wirklich? Ja. Das bin ich krass. Ich werde mir nämlich jetzt ein Jäger-Fekade bestellen. Mit doppelt Malzwirr. Leonie dazu. Mayo kriegt Pommes. Pommes kriegt Malzwirr. Und dann gucken wir mal. Ziemlich zusammengeschrieben, Leute. Jetzt muss Dominik beweisen, dass sie scheißen kann. Mit geliebten Pommes vertilgen.